Rudolf Steiner Anthroposophische Leitsätze Leitsätze Nr. 82-84 24. August 1924 82. Leitsatz Der Mensch blickt zu den Sternenwelten auf. Was sich da den Sinnen darbietet, sind nur die äußeren Offenbarungen derjenigen Geistwesenheiten und ihrer Taten, von denen in den vorigen Betrachtungen als den Wesen der geistigen Reiche, Hierarchien, gesprochen worden ist. 83. Leitsatz Die Erde ist der Schauplatz der drei Naturreiche und des Menschenreiches, insofern diese den äußeren Sinnenschein von der Tätigkeit geistiger Wesenheiten offenbaren. 84. Leitsatz Die Kräfte, welche in die irdische Naturreiche und in das Menschenreich von Seiten geistiger Wesen hineinwirken, enthüllen sich dem Menschengeiste durch die wahre, die geistgemäße Erkenntnis der Gestirnwelten. 85. Leitsatz